Ganz Deutschland darf sich heute über trockenes Wetter freuen. Nein, nicht ganz Deutschland, denn wir bekommen es heute mit einem Kaltlufttropfen zu tun und der zieht am Nachmittag hier von Osten heran und der könnte dann sogar in der kommenden Nacht hier über das Rhein-Main-Gebiet ziehen und da sehen wir sogar rosane Farben und das heißt, da wären sogar ein paar nasse Schneeflocken möglich. Was bedeutet das? Das schauen wir uns hier in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Dieser kleine, aber feine Kaltlufttropfen, der könnte uns heute einige Überraschungen bringen. Drumherum scheint die Sonne, aber um diesen Kaltlufttropfen, da gibt es zum Teil Wolken und da kann eben auch etwas Regen fallen, hier und da in der Nacht auch Schneeregen. Wir schauen mal, wie geht es denn da genau weiter und werfen erstmal einen Blick auf die Niederschlagssignale für den Westen Deutschlands, für das Rhein-Main-Gebiet bis zum 26. März. Und da sehen wir sogar in der Nacht von Samstag auf Sonntag, vom 20. auf den 21. Da gibt es ganz geringe Niederschlagssignale und das ist der Niederschlag von diesem Kaltlufttropfen, der da möglich ist und es gibt sogar eine geringe Wahrscheinlichkeit für Schnee. Um die 5% liegt die hier, also da könnte tatsächlich irgendwas im Busch sein. Aber betrachtet großräumig bis zum Monatswechsel, bis zum 3. April, auch hier mal der Westen des Landes, da sehen wir, wir bleiben mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe deutlich über dem Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Das ist diese Linie hier und da sind wir in den nächsten Tagen deutlich darüber. Und wir bleiben auch darüber bis zum Monatswechsel. Erst dann nähern sich die beiden Linien an, aber auch zum Start in den April ist kein Winterwetter in Sicht. Es bleibt doch erstmal niederschlagsfrei bis zum 28. und 29. März. Erst dann gibt es erste leichte Niederschlagssignale, das heißt die beiden Hochs, die scheinen uns längere Zeit eine große Trockenheit bringen zu wollen. Und hier sind die beiden Hochs. Auf der einen Seite das Hoch Oliver und westlich davon das Hoch Peter. Und dieses riesige Hochdruckgebilde, das ist wirklich sehr ausgeprägt. Das reicht bis weit nach Osteuropa, bis nach Westeuropa, bis nach Nordeuropa und bis ins Mittelmeer. Und hier haben wir so ein kleines Tief, das hat sich reingemogelt. Und das könnte hier und da auch in der kommenden Nacht vor allen Dingen am Oberrhein den ein oder anderen Regentropfen bringen. Schauen wir erstmal auf die Wetterkarte von heute Samstag. Der Tag ist eigentlich überall recht freundlich. Es scheint die Sonne meist vom wolkenlosen Himmel herab. Aber zum Mittag und Nachmittag, da kommt dann dieser Kaltlufttropfen hier im Osten an. Von Sachsen über Nordbayern, Franken zieht er weiter. Und der bringt dann dort zum Teil dichte Wolken. Stellenweise kann aus diesen Wolken auch mal ein klein wenig Regen fallen. Drumherum dagegen viel Sonnenschein. Zehn bis zwölf Sonnenstunden und die Temperaturen erreichen acht bis 15 Grad. Wie gesagt, beim Kaltlufttropfen gibt es viele Wolken. Da bleibt es deutlich kühler, aber sonst werden bis zu 15 Grad erwartet. Vor allen Dingen hier am Oberrhein gibt es frühlingshafte Temperaturen. Dann in der kommenden Nacht der Kaltlufttropfen zieht weiter in die Mitte des Landes. Vielleicht sogar bis nach Rheinland-Pfalz. Und da könnte es auch für etwas Regen, vielleicht auch für die ein oder andere nasse Schneeflocke reichen. Aber im Rest des Landes bleibt es sternenklar in der Nacht zum Sonntag. Und die Temperaturen gehen auf plus drei bis minus zwei Grad zurück. Stellenweise droht Straßenglette. Am Sonntag dann, wie gesagt, durch dieses Tief an den Alpen, auch viele Wolken hier im Südwesten. Da kann es auch anfangs mal Richtung Oberrhein ein klein wenig Regen geben. Sonst viel Sonne. Temperaturen 12 bis 16 Grad. Und dann am Montag und auch am Dienstag Sonne satt für ganz Deutschland. Täglich 10 bis 12 Sonnenstunden. Am Montag 13 bis 19 Grad. Der Dienstag 13 bis 18 Grad. Und wir schauen noch auf Mittwoch, Donnerstag und Freitag noch wärmer. Im Westen am Oberrhein bis zu 20 oder gar knapp 21 Grad. Insgesamt sonst auch 14 bis 19 Grad. Und wir blicken auf den Freitag. Auch da wieder 9 bis 12 Sonnenstunden. Und die Temperaturen erreichen 14 bis 19 Grad. Nachts ist es deutlich kühler. Aber wir haben erst März. Es ist kein Wunder. Da gibt es noch mal 5 bis 0 Grad. Stellenweise ist da leichter Frost möglich. In einer sternenklaren Nacht im März ist das wirklich nichts Ungewöhnliches. Aber jetzt noch mal der Blick genauer gerichtet hier auf diesen Kaltlufttropfen. Da sind sich die Wettermodelle noch ein bisschen uneinig. Das ist hier die Prognose vom deutschen Wettermodell. Und wir sehen heute am Nachmittag gegen 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit hier im Osten dichtere Wolkenfelder. Und aus diesen Wolken kann ab und zu ein bisschen Regen rausfallen. Dagegen hier im Westen teilweise wolkenlos. Da scheint meist die Sonne. Wie geht das Ganze weiter bis zum Samstagabend? Da lockern die Wolken hier im Osten wieder auf. Die Sonne scheint. Aber hier über dem Rhein-Main-Gebiet, da kommt ein bisschen was an Regen runter. Da zieht der Kaltlufttropfen nämlich weiter. Aber auch hier in den Alpen dieses Tief, das bringt dort etwas Schnee in den Hochlagen und in tiefen Lagen etwas Regen. Und dann eben diese Spannung von Samstag auf Sonntag. Da berechnet das deutsche Wettermodell tatsächlich so ein kleines Schneefallgebiet. Ganz klein, da kommen so ein paar Schneeflocken raus, vielleicht nur nasse Schneeflocken oder nur Schneeregen. Auf jeden Fall, das deutsche Wettermodell lässt diesen Kaltlufttropfen mit Niederschlägen weiterziehen. Richtung Hessen, Rheinland-Pfalz, später nach Nordrhein-Westfalen. Und am frühen Sonntagmorgen verlässt er dann Deutschland über Nordrhein-Westfalen. Aber dann sind schon wieder Wolken hier am Oberrhein da. Und da kann es Richtung Oberrhein und auch im südlichen Teil vom Schwarzwald ein klein wenig Regen geben. Viel wird es aber nicht sein. Insgesamt relativ wenig. Das hier sind mal die Regensummen bis zum Sonntagmittag. Und wir sehen hier eigentlich nur diese dunklen grauen Bereiche. Und das heißt eigentlich maximal so 0,5 bis 1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Also eigentlich kaum der Rede wert. Aber immerhin, es reicht aus. Da sind viele Wolken mit dabei. Es reicht aus, um uns eher so einen trüben Gesamteindruck zu vermitteln. Zumindest vom Samstag, wenn eben dieser Kaltlufttropfen vorüberzieht. Nur hier im Norden und Nordwesten bleibt es den ganzen Tag über sonnig und trocken. Aber sonst ziehen eben immer wieder mal ein paar Wolkenfelder vorüber. Ja und dann kommt diese stabile Hochdruckwetterlage so richtig auf Touren. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Auch noch Sonntag, das nächste Wochenende mit dabei mit viel Sonnenschein. Hier ist Deutschland und wir sehen, das Hoch liegt weiterhin östlich von uns. Das trockene und das sonnige Wetter hält also mindestens eine Woche an. Und wahrscheinlich noch etwas darüber hinaus. Wir schauen hier mal auf die Niederschlagssignale bis zum 3. April. Was fällt da in der Summe? Im Norden gerade mal maximal 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und die ersten Niederschlagssignale, die gibt es so ab dem 28. und 29. März. Also fast schon bis zum Monatsende. Und da wären wir wieder bei der bekannten Verschieberitis. Wir hatten ja schon mal gesehen, am 20. 2021 hätte es Regen geben sollen. Das wäre jetzt hier gewesen an diesem Wochenende, am Sonntag, am kalendarischen Frühlingsanfang. Alles verschoben worden. Täglich nach hinten weggeschoben worden. Und ich sage es euch, das wird weiter in den April hineingeschoben werden. Da gibt es erstmal keinen Regen bis zum Monatsende. Das sagt mir die Erfahrung. Wir schauen nach Westdeutschland, auch hier bis zum 3. April. Dieses Mal auf die 2 Meter Temperaturen. Meist um die 15 mal bis 17, 18 Grad. Kein Märzwinter in Sicht. Auch kein Winterwetter zum Start in den April hinein. Es bleibt meist trocken. Später auch hier zum Monatswechsel erste leichte Niederschlagssignale. Aber auch hier eben keine großen Niederschlagsummen, die zu erwarten sind. Wir blicken nach Ostdeutschland. Auch hier sehen wir diesen Wärmeberg in 1500 Metern Höhe. Die Temperaturen zum Teil deutlich über dem Klimamittel zu dieser Jahreszeit. Das liegt bei minus 4 Grad ungefähr. Wir bekommen dann nächste Woche plus 5, plus 6, teilweise plus 7 Grad. Also deutlich wärmer als normalerweise es sein müsste. Und danach wird es langsam wieder etwas kühler. Aber wir bleiben hier entlang des Klimamittels. Jetzt ein Absturz in winterliche Verhältnisse ist hier nicht zu erwarten. Und auf den Osten des Landes gilt Trockenheit bis zum 29. März. Erst dann gibt es wieder ganz zaghafte Niederschlagssignale. Was macht der Süden des Landes? Das Ganze relativ ähnlich. Viel Trockenheit. 10 bis 16 Grad in den nächsten Tagen. Erste Regensignale frühestens ab dem 29. 30. März. Bis dahin bleibt es weitgehend trocken. Schauen wir noch kurz auf den Luftdruck. Da haben wir ja ein Hochdruckgebiet. Und da geht der Luftdruck auch im Westen richtig deutlich nach oben. 1045 Hektopascal erreichen wir hier. Und das zeigt uns, das ist ein recht stabiles Hochdruckgebiet. Wir haben teilweise über der Ostsee bis zu 1050, auch knapp 1052 Hektopascal. Im Westen bis zu 1045 Hektopascal. Und danach, da sinkt der Luftdruck nur ganz langsam ab. Und wir sehen auch, da sind keine Niederschläge zu erwarten. Es gibt aber auch Ausreißer nach unten. Diese blaue Linie, die rutscht wirklich runter in den Keller. Das wäre ein ganz heftiger Druckabfall. Aber wir sehen, das Mittel geht es ganz gemächlich an. Es sinkt langsam nach unten. Und dann kommt der Bereich, wo es eben auch mal wieder Niederschläge geben könnte. Aber das ist eben alles noch als relativ unsicher anzusehen. Ja, das war es vom Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Wie gesagt, vielleicht die ein oder andere Überraschung heute durch den Kaltlufttropfen. Aber morgen am Sonntag wird es dann schon deutlich freundlicher. Und ab Montag heißt es Sonne satt. Jeden Tag 10 bis 12 Sonnenstunden. Die Natur erblüht. Der Frühling gibt Vollgas. Natürlich könnte man doch ein bisschen mehr Regen gebrauchen. Die Waldbrandgefahr steigt wieder deutlich an. Aber wir müssen das Wetter natürlich nehmen, wie es kommt. Und jetzt kommt es erstmal sehr trocken mit sehr viel Sonnenschein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und bis bald.